Heute Morgen Reinhard Götz liest aus Rave, Jeff Koons, Celebration, Abfall für alle und Dekonspiratione. Und kam mir in Zeitlupe entgegen. Ich schaute, wollte, ging und dachte. Ich hatte ein angenehmes Gefühl. Ich könnte mich ja vielleicht schon entscheiden. Jetzt ist der Führerschein weg, jetzt schreibe ich schnell das Buch. Wirr, dann stand ich mitten in der Musik, Schub. Laman hatte sich sofort die Filmrechte an der Schütte-Saga gesichert, für irgendeine Fantasiesumme. Das Geld war eh aus, die Konten gesperrt und die Karten eingezogen. Ich sah ihn, wie er mit der jungen Frau hinter der Säule stand und er kam mir plötzlich riesengroß vor. Er redete auf sie ein, wobei sie redeten eigentlich eher aufeinander ein. Alles voll freundlich, rot erhitzt. Mein Gesicht war auch schon ganz schön nass. Hinten kamen wir in den anderen Raum. Man muss sich sowieso als einen glücklichen Menschen vorstellen. Von wem war das gleich? Wir schauten rum und lachten. Sehr geile Musik jetzt. So, schau. Ich hatte das Picken der Sechzehntel superhell in meinen Fingerspitzen, weit ausgebreitete Arme. Sie auch, klitzeklein glitzernd, vorne, oben, unten, toll. Silbrig schimmerte das leuchtende Geschmeide. Schütte zu wirr, wo? Wer Klo sagte, musste aber nicht unbedingt gleich was anderes meinen. Der Suchende war ruhig, auch beim Reden, der Interpret im Wortelosen der Gesichter oder Blicke. Da sucht der Suchende nach Zeichen. Wer nimmt was? Wer hat vielleicht noch was? Wer kann jetzt noch was aufstellen? Wer ist dabei? Es war die Zeit der Lindenblüten-Tage. Mark hörte dann jemanden neben sich den Satz sagen, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und ich dachte sofort, fantastisch. Und hatte dazu Alberts Wahrheitszeugen vor Augen, also die Zeichnungen, wo in den Verkantungen das Geschiebe der Zeitseiten ineinander dargestellt war, sichtbar. Gehalten von Gehämmer, dann sah ich, wie sie mir ihr umdrehte mich und lauter neue Blicke. Ich lachte, weil, ich weiß nicht so genau, umdrehte mich um. Was ist denn? Ach so, ja, ja, gut, okay. Hinter ihm, über ihm, um ihn, da waren jetzt ganz groß die Soundgewalten aufgestanden, diese riesigen Geräte, die in ihm ineinander donnerten, übermenschengroß. Er schaute hoch, er nickte und fühlte sich gedacht vom Bum-Bum-Bum des Beats und der große Bum-Bum sagte eins, eins, eins und eins und eins, eins, eins und geil, 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 geil. Er sah Hadi und Lexi, Gesichter und Blicke, im Takt gestolpert, gedrängelt, gestoßen, berührt. Er sah das Kaputte, Beglückte, Vertrauen und Zartes, die vielen Signale schnell, kurz, ganz klar, vom Nächsten schon wieder verwischt in Wellen von Sympathie. Er schaute und tanzte und sah das Schöne. Vom Rand her kamen die Beine und Lichter, auf Füßen in Fläschs, die Schritte und Bässe, die Flächen und das Gezischel, die Gleichungen und Funktionen einer höheren Mathematik. Er war jetzt selber, die Musik. Dann kam eine schnelle Schrittkaskade, sozusagen aus den Rhythmen und Geräuschen irgendwie hervorgestürzt, eine Substantivkaskade, die vom Abreißen und der Geschwindigkeit der Gedanken handelte, in Verbindung mit der Musik, dem Gefühl der Summe der Gegenaspekte, der Totale der Geistessicht im Moment dieser Gleichzeitigkeit und der Wohltat des Automatischen, dieses Vorgangs in einem, in diese Richtung würde, eine Art Widerspruchsbalance, die ohne und so weit gespannte, also Zeit selbst wäre ja noch intakt Prozesse und dann die Anschlussvorstellung vom Gegenteil, wie vor der Erschaffung der Welt, der sogenannte Geist Gottes, aber leider ist das ja unvorstellbar. Und er sah, dass es gut war. Als wir die Musik wieder distinkt als Stimmt gar nicht. Ich hatte nur plötzlich... Die hintere Türe war seltsamerweise zu. Den Lichtern entlang ging es am Boden zurück. Ich ging, ich stand. Ich sah Fabians Gesicht, fragend, vielleicht irritiert. Ich machte eine antwortende, selbstfragende Gäste. Offene Situation, neue Menschen, T-Shirt-Texte. Ich bückte mich. Knipste das Feuerzeug an. Wie viel Uhr? Wirr. Gleichzeitig die Frage, wo man sich befindet jetzt. Dosierungstechnisch. Und ich dachte, Sigi suchen. Wir gingen zum DJ hinter. Dankbarkeitsgefühle tanzten mir voraus. All die Jahre, die... Dieses Argumentieren mit Blatten. Felix nickte mir fröhlich zu. Ich habe vergessen, wie man geht. How to walk and speak. And I'm taught flying into the air. Raving. Techno und Hardcore tragen die... Ich dachte kurz an. Mir jedes damals schrecklich, fürchterlich und irgendwie todtraurig vorkommt. Immer ohne damals jeder neue Bass. Bass, sagte ich zu Sigi. Bass, Bass, Bass. Auch die Schüttesaga würde vielleicht so beginnen. Beim Bassgewummer aus der Ferne, durch die Mauern, vor der Party, beim Bassversprechen. Gleich beginnt das große Fest. In jedem Bassbum hörte wirr jetzt wieder alle je gehörten Bässe seines bis hierher gelebten Lebens. Party, Panic, Break. Der Bass war plötzlich weg. Kein Bass. Der Bass ist weg. Das Aussetzen des großen Beats, ein Schieben, Harren, Luft anhalten, eine Art Geburtspassage etwa. Und als der Bass im Beat zurückkam, erhob sich jetzt vieltausendkehlig ein Geschrei. Die Menschen schrien wunderbar. Der Bass ist wieder da. Und sie tanzten und sprangen wie wild herum. Und eine große, riesengroße Stimme sagte. Enter the arena. Enter the arena. Ja, natürlich. Gerne. Danke. Vielen Dank. Bin dabei. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Nächte. Aber sie wollen einander vernichten. Der Fremde steht groß, dunkel und finster an der Ecke bei den schweren Bäumen, wo der Park beginnt, zur Stadt hin aufhört. Es ist Nacht geworden und es ist kalt geworden. Der Mann wartet da. Er schaut auf den Boden vor sich, schaut auf die Uhr. Sein Gesicht ist nass, glänzend und fahl. Der Mund hängt schief. Und die Kieferknochen malen sinnlos, leer. Der Mann ist unruhig. Er geht auf und ab. Zwei Schritte hin, zwei her. Draußen am Flughafen. Der Wagen hält. Schütte steigt aus. Durch das abtauchende Beifahrerfenster werden paar Worte gewechselt. Schütte gibt dem Fahrer einen kleinen Brief, richtet sich auf, dreht sich um und schaut auch auf seine Uhr. Es ist kurz vor neun. Dann betritt Schütte den Zentralterminal des Frankfurter Flughafens. Man hört die Flughafenatmo reden, rauschen, Ansagen und Ausrufungen, Dialoge in Fetzen. Schütte schaut sich um, sieht die Telefone und geht auf die Telefone zu. Im Hotelgang. Schütte klopft dreimal an die Türe von Zimmer 24. Er betritt das verdunkelte Zimmer. Er setzt sich zu den anderen, nimmt Kokain und legt sich aufs Bett. Er schaut hoch zur Decke. Kurz zuvor. Schütte geht den Gang entlang. Die Türe zu Zimmer 12 steht zwei Fußbreit offen. Helles Licht kommt da raus. Er bleibt stehen und schaut durch den Spalt. Auf dem Bett liegt ein junges Mädchen am Bauch. Schütte liegt am Rücken auf dem Bett. Der Falkner und die DJ-Darstellerin führen ein leises Gespräch. Es geht um die Haarfarbe. Die Frau knöpft ihre Hose auf, zieht den Slip vorne so weit runter, dass man ihre Schamhaare sehen kann und sagt, schau und lacht. Wieder Flughafen. Ankunft International. Die Anzeigentafel. Das Geratter der Zeichen und Ziffern. Ibiza delayed. Der Ibiza-Flug ist verspätet, etwa 60 Minuten. Schütte wirft die Zigarette weg, zieht sein Jackett aus, setzt die Sonnenbrille ab und fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Dann geht er zurück Richtung Haupthalle. Er geht auf den Zeitschriftenladen in der Ecke zu. An der Kasse. Schütte sitzt in der Bar Metropolitaner an einem Ecktisch, bestellt einen Trink und blättert in den amerikanischen und englischen Zeitschriften, die er gekauft hat. Er schaut auf die Uhr, zahlt und geht wieder zu den Telefonen. Im Hotel hebt der Falkner den Hörer ab. Das Telefon hat geklingelt. Neben ihm sitzt der abgehalfterte Provinzpromoter auf der Bettkante des Doppelbetts und gibt der blonden, kurzhaarigen Frau von vorhin das metallene Röhrchen. Sie beugt sich über den Couchtisch und atmet mit ihren Nasenlöchern das Kokain ein. Der Raum ist dunkel, die Vorhänge sind vorgezogen, ein schwarzes T-Shirt hängt über der Nachttischlampe in der einen Ecke. Die Frau gibt das Röhrchen an den zweitwichtigsten Flyer-Verteiler Würzburgs weiter, der an den Gepiersten, den keiner kennt, der Gepierste an den Typ von Pure und der Typ von Pure an Pia, die Aniale und so weiter und so weiter. Der Falkner hat aufgelegt. Es ist still. Es ist wirklich sehr still jetzt. Keiner sagt etwas. Stille beherrscht den Raum. Weißgespannte Stille. Schütte steht im Flughafen an einem offenen Telefon, von der Muschel aus Plexiglas rund umfasst. Schütte hat die Leitung unterbrochen und wählt aus dem Kopf die nächste Nummer. Das angerufene Handy gehört Mark und liegt auf einem der Couchtische in der Villa in Ibiza. Doch das Handy rührt sich nicht. Schütte wartet, lauscht. Man hört die Ansage, the number you've reached is momentarily not available. Schütte hängt ein, erwartet auf das Fiepen der Telefonkarte, nimmt sie aus dem Schlitz, steckt sie ins Jackett und setzt seine Sonnenbrille wieder auf. Er geht zu den Taxis und steigt hinten in das erste ein. Er sagt, ins Arabella Grand Hotel bitte. Dann zündet er sich eine Zigarette an und lehnt sich zurück. Das Radio läuft. Der Fahrer stinkt. Day 3, I'm so excited, we cross the border. Die Frankfurter Straßen und Schulen, Sonntagabend. Die Stadt ist leer, das Taxi fährt dahin, Schütte raucht. Das Taxi steht an einer roten Ampel. Eine schwangere Frau beugt sich in einem giftgelben Kinderwagen. Alle Gedanken sind böse Gedanken. Schütte sitzt im Flugzeug, schläft. Am Englischen Garten. Der Mann von vorhin spricht mit einem Dealer, gibt ihm Geld. Der Dealer ist ein hellhäutiger Afrikaner und hat noch zwei Kumpel dabei. Die drei verschwinden, der Dicke soll warten. Er steht erst still, wird dann nervös, geht auf und ab. Vor dem Arabella Grand Hotel. Schütte bezahlt den Taxifahrer und geht rein. Mach dich schon mal nass, ich komm dann gleich. Er steht vor den Aufzügen, wartet. Hinter ihm erklingt der Aufzugsgong. Er dreht sich um, steigt ein und fährt hoch in den elften Stock. Er geht den Gang entlang, vorbei an den Türen. Er betritt das Zimmer 1112. Schütte betritt das Zimmer 1124. Das Zimmer ist voll, mit ihm zur Hälfte fremden Gestalten. Es ist immerhin sein Zimmer. Er redet mit dem Falkner. Sie reden über die rote Tasche, die nicht angekommen ist. Schütte liegt flach auf dem Bett und schaut zur Decke. Leere Gedanken gehen leer in seinem Kopf umher. Er richtet sich auf, greift nach dem Telefon und wählt nochmal Marks Handy. Aber das Handy ist immer noch ausgeschaltet. Schütte sitzt wieder im Freiarreal der Bar Metropolitan an diesem Ecktisch. Er trinkt einen Whisky, raucht und liest in Interview die große J. Lino-Titelgeschichte. Dann blättert er in anderen Zeitschriften. Der Ibiza-Flug ist gelandet. Die ersten Reisenden kommen durch. Schütte hält Ausschau nach der roten Tasche, aber die rote Tasche taucht nicht auf. Schütte wartet. Dann ist also der letzte Ibiza-Reisende angekommen, durchgegangen, aber die Tasche war nicht dabei. Schütte geht runter ins Checkers. Am Klo, im Club. Sie nehmen Kokain. Sie gehen raus an die Bar, bestellen Bier. Sie trinken und rauchen. Sie stehen einfach da, ohne groß zu schauen. Es zuckt und donnert. Licht und Nebel. Eis. Sonst ist nichts. Schütte geht durch die unteren Hallen der Flughafenanlage. Effekt des Neons. Die schlaffen Farben. Überall Menschen, Tür, Zeichen, Abzweigungen. Lichter, Reflexe. Schütte irrt durch diese Hallen und Gänge. Schütte hat sich verirrt. In der Tiefgarage sitzt der Falkner hinter dem Steuer eines geparkten Wagens, ein älterer Audi 100, und wartet. Er beobachtet die Türe. Vor der Türe des Checkers. Der Türsteher begrüßt Schütte mit Handschlag und sagt, da bist du ja. Hallo. Ich dachte, ihr werdet alle im Arabella. Janni, ist denn Ken hier aufgetaucht? War angeblich da tatsächlich? Schütte geht rein und geht durch den Club. Es ist eindeutig die Zeit der letzten Gestalten. Schütte trifft Tiermann und sie gehen gemeinsam aufs Klo, gehen zusammen in eine Kabine und nehmen Kokain. Sie bleiben da ein bisschen stehen, legen dann nochmal nach. Sie gehen an die Bar beim DJ-Pult. Sie begrüßen verschiedene Leute. Schütte erfährt, der Falkner hätte nach ihm gefragt. Tiermann kriegt einen Laberflash. Er redet jetzt auf Schütte ein. Schütte fühlt sich Tiermann nahe. Er fühlt sich von ihm belästigt. Es ist ihm egal. Er schämt sich. Er sieht sehr beißen, grint im linken Tiermannschen Mundwinkel. Die Beobachtung wächst sich plötzlich aus ins Monströse. Anstrengend. Schütte wischt seinen Mundwinkel sauber. Dann nochmal. Tiermann ist in einem Rederausch. Schütte sagt kurz was. Geht weg. Er fragt verschiedene Leute nach Ken. Er geht an die Bar im Nebenraum und bestellt jetzt Whisky. Er hört die Worte auf Eis. Er lacht. Er schaut auf die Uhr. Die einzelnen Handlungsteile kommen ihm übertrieben, zerhackt, isoliert und dadurch in ihrem Sinngehalt auf eine fast schon läppisch logische Art traumatisiert vor. Er trinkt den Sturz Whisky aus. Ein Schüttelreflex schüttelt Schütte. Ein Lachreflex folgt. Schütte geht quer durch den Laden. Da toben sie, die letzten Getreuen, jeder für sich, so vor sich hin. Sehr schön. Er geht nochmal aufs Klo, wartet, weil alle Kabinen besetzt sind. Keith kommt rein. Er lädt Keith ein. Sie gehen zusammen in eine freiwerdende Kabine und nehmen noch einmal Kokain. Schütte fühlt sich jetzt gut. Er verlässt den Club. Wieder geht er durch die ruhigen, jetzt prächtig beleuchteten, kaltfarbenbemalten Neonhallen und Gänge. Er öffnet eine der Türen und nimmt die Treppe nach oben. Die riesige Halle jetzt, die er durchquert, ganz ruhig. All die Menschen ganz klar, ganz genau, völlig irr. Wirrnis, Wirklichkeit. Die ganze Choreografie. Er genießt seine Verstörung. Er sitzt hinten in einem Taxi, sagt, bitte zurück. Der Taxifahrer fragt nach. Wieder vor dem Arabella Grand Hotel. Schütte schaut mit großen Augen, zahlt, ganz konzentriert. Er fährt mit dem Lift ins Untergeschoss. In der Hotelgarage geht er zwischen den geparkten Wagen, möglichst zielstrebig, irgendwo hin, auf irgendwas zu. Er sucht sich eine ruhige Ecke. Er schaut sich um. Er geht in die Hocke und streut sich auf seine Zigarettenschachtel eine kleine Leinkokain auf. Die Schachtel mit dem Kokain liegt vor ihm am Boden. Er richtet sich auf und kramt nach einem Geldschein in der Hosentasche. Er schaut sich wieder um und geht dann, während er den Geldschein rollt, vor der Zigarettenschachtel in die Hocke. Dann nimmt er das Kokain. Sehr gut. Schütte lässt bei der Betrachtung der Kaputtheit der Szene eine gewisse, wie er findet, hier jetzt angemessene Nachsicht walten. Er steht im Aufzug allein. Messing, Gold, Glas, Spiegel, Licht. Die Fahrt nach oben in den elften Stock dauert länger als erwartet. Er steigt aus. Er geht den Gang entlang. Er sucht die Zimmernummer 24. Er geht zurück zum Lift, studiert da die Pfeile und Ziffern. Er geht wieder los. Er liest die Zimmernummern 8, 9, 10. Er steht vor Zimmer 12 und klopft. Beim Türsteher vor dem Club. Ich dachte, ihr wärt schon in München. Wir sind alle noch im Arabella. Viel Spaß. Dankeschön. Sie sitzen im Auto. Ein fetter Mietvan. Das Auto steht auf einem leeren Parkplatz vor irgendeinem Supermarkt irgendwo am Stadtrand. Sie sind etwa zu viert. Sie sitzen da, nehmen Drogen und reden. Ernst Jünger, Jackson Pollock, Dostoevsky und so weiter. Nach ein, zwei Stunden steigt Schütte aus, geht auf den Grünstreifen am Rand zu, beugt sich nach vorne und kotzt dahin. Dann wischt er sich den Mund ab und geht zurück zum Wagen. Vielleicht war ja auch das letzte Bier schlecht, oder? Der Ober kommt. Sie wollten zahlen. Schreiben Sie das auf Zimmer 1124, bitte. Zimmer 1124, selbstverständlich. Die Maus von Strada unterschreibt als Schütte und geht hoch. Schütte und die Maus von Strada in Zimmer 1112. Sie nehmen Kokain. Sie turnen angezogen aufeinander rum. Schütte schläft ein. Die Maus geht in die Halle, trifft da eine Freundin. Sie bestellen eine Kleinigkeit zu essen. Weißt du eventuell, wie viel Uhr wir haben? Keine Ahnung. Schütte wacht auf und geht hinüber ins Zimmer 24. Unveränderte Szenerie dort. Unveränderte Konstellation. Schütte ruft noch einmal auf Marks Handy an. Es läutet jetzt sogar. Schütte, es läutet. Marks Handy liegt jetzt am Pool unter einem Handtuch. Die weiße Villa auf Ibiza, die Badenden, die Villa von fern im hügeligen Inselgrün. Keiner hört das Handy. Am nächsten Tag wieder Ankunft international im Frankfurter Flughafen. Wir passieren ungehindert den Zoll. Schütte erwartet uns schon. Mark hat ihm unsere Verspätung zu spät angekündigt. Entschuldigung, kein Problem. Die Tasche wird in Marks Wagen übergeben und geöffnet. Dann gibt es Geld. Nichts zu danken. Schönen Tag noch euch natürlich auch. Wir fahren dann los, zurück nach München. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Halleluja! Gleichzeitig wurden die Mädchen und Jungs, die oben auf dem Technowagen standen und da tanzten, immer hübscher, immer verschiedenartiger und nackiger angezogen, immer noch unterschiedlicher. Denn für jeden der vielen, die schon sehr bald jedes Jahr nicht mehr hingehen und mitmachen wollten, kamen hundert und hunderte neue dazu, die einfach dem Ruf der Bilder folgten. Langsam wurde deutlich, und natürlich gab es dafür jede Menge Dissing, wie sehr Techno, ursprünglich nur auf sich selbst konzentriert und für sich isoliert, zusammenpasst mit dieser unserer, haha, gegenwärtigen, Zitat Hardy, kaputten Eventgesellschaft. Besonders natürlich hier in Deutschland, wo eine riesige, ausgebrannte Staatsruine, die noch vor fünf Minuten 20 Millionen Menschen beherbergt hat, heute da einfach so in der Landschaft herumsteht, schwarz verlassen am Fluss. Das war in Dresden im letzten Tageslicht spätabends. Wir fuhren über eine Brücke. Westbem zeigte auf so einen finsteren, von innen her verglühten, riesenhaft rußschwarzen Kafka-Bau. Das Ministerium für Liebe, sagte er. Nicht in England, nicht in Frankreich, in keinem anderen westeuropäischen Land gab es einen so umfassenden Zusammenbruch bestehender Ordnungen, mit all den damit einhergehenden Brutalismen, Härten, Zerstörtheiten. Gerade auch dem hat Techno sich völlig unspektakulär und ohne missionarische Hintergedanken automatisch geöffnet. Die anfangs noch nachtlebend typische Sozialmelange machte schon sehr bald einem denkbar weitest gefächerten Sozialspektrum Platz. So wurde es so langsam ganz schön eng überall, richtig anstrengend. So viel Glück, so viele Menschen. Hitze, Durst, Substanzen. So viel Lüge plötzlich auch, so viele Widersprüche. So kamen erste neue Worte in Sicht. So konnte man anfangen, sich grob fürs Erste zu orientieren, wie die Sache von innen gesehen, jedoch dargestellt, wie von außen als Ganzes aussah, Widerspruch. Im Widerspruch dagegen formierte sich, langsam wie die Worte nun mal sind, eine Ahnung von Begrifflichkeit, die passt und stimmt. Die Absetzungsbewegung da dagegen wiederum trat an unter dem infernalisch und fast schon verzweifelt herauszufinden, ausgeschriebenen Tanzkampfaufruf Abfahrt. Bis zum Zusammenbruch, das war unsere Intelligenz, unser Techno. Damals war es, da reiste ein harter Kern aus München zur Parade wild entschlossen böse an, hatte eigenes Bier und eigenen Leimes für den eigenen Wagen klargemacht, um sich dann da zu dem Schlachtruf We are the hate squad so brutal rand- und haltlos zuzubetrinken, dass alle weiteren Festivitäten im Nebel der Amnesie des pathologischen Rauschs verschwunden blieben, bis wir uns irgendwann im Hotel wiederfanden, Tage später, schlaff beim Suft-Chill-Out am Swimmingpool. Daran denkt man gern zurück. All das war viele Jahre her. Wie schaut's denn heute aus? Wer näher uns der Gegenwart? Ich kann es nicht so recht erkennen, Herr. So ist insgesamt durch Dans Geschehen, wovon Kunst, sei es sie gibt, träumt, mitzuwirken daran, dass es eine neue Welt gibt, die, und sei es nur ein Mikrobisschen, besser ist als die, die war. Documenta-Chefin Katharina Witt, die dem Konzept Konzeptkunst den wohlverdienten endgültigen Todesstoß gegeben hat, wird es nicht erkennen können, dass die Love Parade auch heuer wieder wahrscheinlich das große, beste und bedeutendste Kunstwerk dieses Sommers sein wird. Der Augenblick, wo die Gesellschaft sich als Ganzes sinnlich wahrnimmt und, ohne all ihr Leid vergessen zu müssen, sich trotz allem irgendwie ganz diffus bejaht. Gerade die angekündigte Hassparade wird dabei ihren Beitrag leisten, dank an die autonomen Bunkergabbernauten, und die rituelle Struktur, die da einspringt, wo das Neue verschwand, hat etwas Mildes, Riesenbäuchiges an sich. Es ist Juli geworden, die Love Parade schiebt sich wieder durch Berlin. Wer wissen will, wie es wird, schaltet den Fernseher ein auf Viva oder geht selber hin. Habt ihr auch wieder irgendwie auch Angst davor? Ja, jedes Jahr neu, wird schon werden. Let the sunshine in your heart. Alles Gute allen. Peace. Da kommen wir nicht rein, ich komm da rein. Echt? Klar, komm. 17 Mark bitte. Für beide? Nee, für einen. Für beide bitte 33. 33? Ja, genau. Bitteschön. Stempel? Och nö. Viel Spaß. Vielen Dank. Das ging aber schnell. Und jetzt? Bisschen eng. Ist doch schön. Wir wollten uns schmutzig machen beim Malen. Wir wollten die Letzten sein. Ich wies in meiner Rede auf die Bedeutung dieses Zeremonielles hin. Schon toll so voll, so viel so leicht, beschmiert mit mir, zerkratzt ganz heiß, die weiten Schriften eingeniedert, die hohen Lieder abgestimmt, jetzt ausverstaut, entsaut, betaut. Weiß nicht, wie falsch, wie wenig ohne, weiß nur die Farbe und den warmen Mantel. Weiß deine Frage gegen Ende und nicht den Bruch im Klaren, die Verschiebung, wir gehen kurz, wir liegen, wir träumten, trinken, trieben. Die Steine an der festen Wand, die Augen stahl und hart auch die Gesichter, irgendwie zu hart, kommt rüber er, auch sie, in ihr Gewölle zum Teppich an der Schnur. Weicht aus ins Weichere der Flüssigkeit, nimmt neben sich die leise Haut, baut Bild und Form aus Plastilin, den Streit ermüden, böse Sachen tilgen, den Glanz abwaschen mit betrübten Sorgen, den Trotz kaputten und die Strenge wecken, das so Erweckte wegverstecken, dann ausentleiben und besorgen, jetzt alte Struppen drüber decken und mit der Schade ausgelaubt im Herbst verbinden. Wir gehen hinter, gehen vor, wir reden, trinken, tanzen, lachen, Musik im engen Dach, am Hirn erhellt, erst rund zurück, jetzt wieder vor. Du musst im Urteil deiner Niedertracht, Moment, ich kann, mir fehlt, ich soll in Milde, der Schwere spricht vom Vorigen, der andere wie eben, und von hinten eine Welle waren, nicht viel, tu weg, nur dass du mich, wir uns, wie es, es müsste dann, auch mit, auch deine, auch wenn ich spüre, eine Kleine, weiß nicht wie wir, auch sie bereits, wir auch, in früheren beschalt, schon sowas wie, und dann, betraute Aufsicht, unbehütet. Bumm, tja bum, tja bum, tja bum, tja bum, verstehe, tja bum, tja bum, 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 tja bum, genau, da bum, tja bum, tja bum, lustig, schon irgendwie, oder? Schon. Erzählt, betrinkt, getanzt vor vier, das Bier, das Bier, geschmier, verliere, wie bitte, was, und wer mit wem, vier Bier, genau, sehr angenehm, vier Bier, vier Bier, und eine Kanne kalt, okay, kein Akt, kein Thema, Mann, getanzt und getrunken, gedrungen, gespritzt, Skulptur schon gehackt, gebaut und geschaffen, betrunken, getanzt, mit dir Bier und mir Bier, in Bier, Bier für uns vier, mit vier Bier, für dich Bier, mit mir Bier und Bier, Bier, in unbedingt Bier, Bier, ganz unbedingt. Schön, wie du schaust, wie du ausschaust, so schön, wie du lachst, wie du redest, total angenehm, die Zähne so weiß, deine Nase so hübsch, deine Worte, die Stimme, die Rede, dein Ding, so niedlich, so süß, so heiß, so verwas denn, dein Sex, deine Brüste, dein Arsch und das alles, die Augen, dein Leuchten, dein Denken, so, so groß deine Weite, dein Ja und dein Nein, meine Sehnsucht, mein Wille, meine Gier, deine Lust, komm raus hier sofort, schnell weg hier, zu dir, weg hier von hier, mit dir, zu mir, mit mir, zu dir, zu dir. Sie poppen, sie ficken, sie tun es, sie machen es, wie war das da eben, sie poppen und ficken, sie tun es, sie lachen, ach so, ja, genau, sie machen es sich, und sie macht es sich, und sie macht es ihm, und sie kommen zusammen wie Irr, sie halten sich fest, liebkosen sich so, sie reden und herzen sich, reden und reden, und tun es dann wieder, und wieder und wieder. Sie poppen, sie ficken, sie schreien und lachen, es läutet, sie schweigen, sie harren, sie lauschen, sie flüstern, ich liebe dich, und ich dich auch. Und sie lachen, sie ficken, sie küssen einander, Geliebte, Geliebte, es läutet, sie schweigen, es läutet jetzt Sturm, he, Arsch, wir ficken so laut, wie wir Lust haben, Depp. Sie schreien und lassen es krachen, und lieben sich wieder und wieder und wieder, und wie die Verrückten. Sie reden und halten sich fest aneinander, erzählen sich Sachen von früher, von eben, Geschichten, Erzähltes, Erhofftes, Erträumtes, Erlebtes, Gedachtes, Gesagtes, Normales, sie sind sich so nahe wie früher wie sie, sie reden, sie sprechen, sie werden sich fremd, sie schauen sich an, sie halten sich fest, scharf aufeinander, nah aneinander, jetzt ineinander, mein Gott, ist das geil. Sie machen was Tolles, was ganz etwas Neues, sie machen es jetzt, sie machen es wieder, sie ficken, sie poppen, sie tun es, sie lachen, sie sind schon so fertig, dass fast nichts mehr geht, sie sind schon ganz wund, fast überall, wie? Sie tun es, sie atmen, sie halten sich fest, sie nennen es Liebe, sie singen vom Glück. Es geht, es geht, es geht, es geht. Moment, es hängt, es hängt gerade. Okay, ich warte, Augenblick, wie steht's? Momentchen noch, Moment, noch hängt's. Und jetzt, wie geht's, wie steht's? Es hängt, es hängt noch, jetzt, jetzt geht's. Es geht? Es geht, es geht, es geht, es geht. Wie geht es so? Danke, danke, gut, es geht. Das ist ja schön zu hören. Ja, genau, es geht, es geht, es geht, es geht. Meinen Sie, so geht's? Ich dachte schon, ich glaube wohl, ich meine, doch, so geht's. So geht's, so können wir, so machen wir's. So geht's ganz gut. Sehr gut, fantastisch, wunderbar, bin völlig hingerissen. Ich erst, Mensch, Mann, herrlich, danke, gut, ich glaube, das genügt, so geht's. Es geht, es geht, es geht, es geht. Es geht und geht und geht und geht. Bin absolut begeistert, bleibt so, lassen wir, ist fertig. Ja, das passt, so passt. Das wäre also die Skulptur hier so in etwa dargestellt und sie zeigt ihn momentan im Augenblick, wie er sich eben sieht in dem Moment. Da hängt ja was an einer Hand, ein Stück Papier, beschrieben offenbar mit den bekannten Zeichen, die aus Worten Sinn aus Sinn Erscheinung machen, leuchtend. Diese Dinger kann man gar nicht anders sagen. Äußerst einleuchtend den Sinnen Text. Mit anderen Worten, ein Stück Text hängt da, tatsächlich, ja. Und zwar, die Skizze ist das, ja. Da hängt doch echt die Skizze an der einen Hand und winkt im Wind. Kunst, ein Wochenende Kunst, die Kneipe und das Atelier, die Galerie und die Gebückten, die Gebückten vom Görlitzer Bahnhof marschieren auf, ein Stück in sieben Akten, schön knapp abgepackt. Du hast gesagt, es geht um Liebe, du hast gesagt, es geht um Kunst. Es geht um Reden, Bilder, Melodien. Es geht um Streit und Stimmigkeit. Es geht um Menschen, die was sagen, wollen, tun, normal. Es geht um Schöpfung und Gebärden, um Dinge, Sachen und Ideen. Es geht um Alltag, Wahrheit und Banalität. Es geht nicht sehr um Handlungen. Es wird nicht viel entschieden hier. Es wird nicht sehr geschrien. Es geht um Kummer und Melancholie. Es geht um Rhythmen, wie in manchen Liedern. Um ein Gehör von Ferne her. Es geht ganz allgemein um allgemeine Worte, um Sätze sozusagen dieser Tage. Es geht um Fehler, Perfektion, zu glatt, zu wenig rau, zu wenig wild und viel zu wenig, viel zu viel. Es geht um einen Augenblick, den es auch gibt im Menschenleben kurz. Zumindest manchmal gibt es das. Es geht, so blöd das klingt, um Harmonie. Stimmt gar nicht. Halt, Stopp, Lüge falsch. Im Gegenteil. Es geht ums Niederharmonie. Ich bin einiger, Einschöte, dirbaut aus. Kernelle, Drellin, König rau, was gab es damals in brutti, von Petern? Ich war es damals in geord. Wenn ich mich außer Grund ist, damit discute, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.